Gute zusammen und willkommen zum Minecraft Terconia Adventskalender 2020. Nachfolgend werdet ihr gleich ein Türchen oder eine Quest präsentiert bekommen und ich wünsche euch dabei viel Spaß und einen schönen Advent. Gute zusammen und willkommen zur neuen Folge des Terconia Adventskalenders 2020. Wir befinden uns hier an Türchen Nummer 4 mit drei Truhen und gebaut von Zephul. Ich ziehe meine Rüstung wieder an und wir gucken mal rein. Ja ich glaube schon ein wenig Geschenkelager würde ich sagen, weil Schoki immer toll ist. Freundschaftskeks. So, wo sind die Truhen? Ist hier was drin? Nein, da ist nichts drin. Was ist denn da? Nein, kann ich auch nicht öffnen. Festreiter Keks. Okay. Was ist denn da mit? Nein. Ah, eine Kiste. Kekserfreundschaft. Apfel. Kekserfreundschaft. Bratschhühnchen. Schichten. Äpfel. Glas Milch. Schneeflocken. Diesellampen. Jetzt ist aber spannend. Wo sind die anderen Truhen? Ah, gefunden. Das ist so der Klassiker, dass man etwas im Kamin versteckt. Der absolute Klassiker. Fällt mir immer noch eine Truhe. Oh. Geil. Gefunden. Geil. Geil. Ich muss hier zumachen, wie ich probieren, Schnee, Laub, Schnee, Fichtensatzling, Schneeglöckchen, Schneeanzug, Inholz, Kaminanzünder, Feuer to go, ja, schön gestaltes Türchen, einfach gehalten, die Truhen nicht zu schwer versteckt, sind nicht sofort ersichtlich, die offensichtlichen Truhen sind ja wie man sieht Fake-Truhen, und ja, aus Gilos Kriegsammlung klauen, das ist immer sehr gut, der Gilos Kriegsammlung klauen ist immer sehr sehr gut. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal. Das ist alles gut. Und